Ich muss weiter machen. Hat mir gerade etwas eingefallen, was vielleicht noch fehlt? Nein. Äh... Es hat im Stück gefehlt. Ich bin nicht gewöhnt. Du musst zuerst begangen. Für Neukunden bin ich nicht zuständig. Brauchst du Papiere? Wer verarscht uns da? Wir müssen uns das ansehen. Ah ja. Die Bär ist zünnig los. Das heißt, ich muss die zuerst. Ah, ich könnte das jetzt. Wer hat dir Bocki? Einfach zu regeln. Aber scheinbar... Danke. Komm schon! Steh auf, du fauler Sack! Scheiße! Scheiße! Ich bin nicht zuerst. Ich bin nicht zuerst. Das ist ja nicht zuerst. Und ich bin nicht zuerst. Ja. Oh ja. Brauchst du Papiere? Nein, wo wir uns alles anladen. Brauchst du Papiere? Ach gut, du sehn. Ich bin egal, dass wir in Ruhe hier hochgehen und da in den Bänden. Ich bin egal, dass wir in Ruhe hier hochgehen. Ich bin egal. Ich bin egal, dass wir in Ruhe hochgehen. Ich bin egal, dass wir in Ruhe hochgehen. Und Menschen wie Drachomir wissen das ganz genau. Sie wollen unbedingt in Prag bleiben. Sie wollen auf keinen Fall nach Gollum. Edward hat hier Familie, glaube ich. Und Irenka... Sie glaubt, sie sei jemand anderes. Eine Art... Roboter. Wie auch immer. Drachomir hat das ausgenutzt und beide Versionen von ihr völlig ausgeblutet. Ich werde tun, was ich kann. Seien Sie vorsichtig. Ich bin egal. Ich bin egal. Ich bin egal. Irgendjemand. Sieh nach was das war. Schwer ein, Metallmann. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Oh, ich schätze mal, das ist ein Schmerz. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020